Das war schon mega geil und dann danach nochmal eine Viertelstunde aufs Fahrrad. Und diese Viertelstunde war Abtreiung. Ich habe den neuen Modus ausprobiert auf dem Fahrrad. Er nennt sich nach Herzfrequenz trainieren, dann stellst du dein Alter ein, deine Gewichtsklasse bla bla. Und der rechnet halt die optimale Herzfrequenz, damit du die optimale Sauerstoff versorgen für deine Muskeln hast. Und dann hat der mal einfach so gesagt, so deine optimale Herzfrequenz sind bei 155. Und dann musst du die auf 155 halten, ansonsten wird die Schwierigkeitsgrad hochgesetzt. Man spart nachher einfach beim Schwierigkeitsgrad nach den 155. Also was ich meine? Absetzt. Noi. Ich bin einfach gestorben, sowas von. Ich werde so hart auf die Fresse bekommen in diesem Game. Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir auf die Fresse bekommen. Der kassiert einfach von mir, den kleine Wichser. Entschuldigung, war keine Absicht. Bratan. Slabrimowitsch. Ich bin noch nicht... Ich bin noch nicht wach genug. Autopumpe! Kevlar! Wo ist er? Weg mit ihm! Na ja, was passiert!? Aha! Schokey mal, rechts! Du Wichser! Drehe mal disrespect! Schon amorten Anfang, Robert. Lass mich! Burn Motherfucker! ich bin nur so hart aufs maul bekommen da ist schon ein k1 Verdammt, kein Kaffee So, was kriegen wir denn? Infernen Easy, mein Junge Du bist wie ich heute spielen Ja, du bist das Kerl Heute richtig schock Die geben uns auf jeden Fall richtig Beratern in die Fresse Ich muss die Knife-Runde Alles klar, machen wir Fältchen Mitte, zu CT, zu B Alles klar Einer Am besten Major Robbe Oder weiß ich nicht, irgendeiner von euch bleibt CSL stehen Am besten nicht die V-Guys Kalte Mitte ist das hier Achso Ich hab verstanden, Mitte zu B Ja, ja gut, du gehst immer übers Hacken Und durch Dort einer Weiter, weiter, weiter Boah Alter Alter Woll du es halt Ja, Kick Oh, okay, komm Keiner wird zieht Ding Werden da alle beide wahrscheinlich So Ja, einer sieht Nice Jawoll Der Spiel ist nicht schlecht Ist das einer von uns? Ne Das dauert Irgendwie Was administered Was Consent Waetzt Sie Ne Die Die Ja, das ist ja Das war ein incident, Sherry Nice try, you got the plan, that's pretty good Ah, that's not good Can you hear me, probably, or not? Ja, 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 ja We have full pre-team, so... We are in team speaking It was easy winning like that B hoch oder was? Ja, oder? Ah, we're netting B Warum bin ich immer der Erste? Kommt drauf an, wie du jetzt läufst Oh, ja Ich bin links an dem Anlaufen, ne? Damit ihr das Spätbuch sehen Alles klar, ich bin einfach jetzt schon... Behind, behind Hey, push me Ja, oder? Ja, oder? Ich veraim noch Das war gut Ja Ja, die Nades haben glaube ich nicht gesessen, oder? Ich hab zwei in eins gegeben Ja, ich hab acht in eins gegeben Ja, ich hab acht in eins gegeben Die haben nur die Nades geworfen, sind dann direkt weggegangen Ja, da ist noch ein bisschen Aber wie chill dir das an ein bisschen gegucken, oder? Let's go, let's go Let's go Schmuck! Endes Banane Schwer, Feuer Stillshot Einer Komponenten, in der Mitte Einer Pitsch Ja, Pitsch Wir müssen die Bombe erstmal holen, Jungs Letzte Minus 2. Mütze Die Bombe war in der Mitte Eps Ich hab ihn nicht gesehen in dem Winkel, ne? Hat ihn einer vor euch gesehen? Ne Dann bin ich doch nicht ganz so doof KD mit E Hau, was ist da los? Hau mal ein paar Fellers rein da Hau mal ein paar Fellers rein da Hau, sehr gerne Machen wir da ein Train zu B Der Bratz und so rum Geht Eps durch Einer Pitsch Ah, Ups Einer Pitsch Nur Bombe nicht vorgehen Ja, na, das ist Schmuck, Schmuck, Schmuck Und jetzt kommt Mitte eh schon KD Machen wir mal Machen wir mal was dann Hat er auch Awe Oh, oh, oh So, gehst du hin mit Awe? Mitte? Oder Banane? Kannst Banane, ich mach mit dir Mal gucken Hätte einer rübergesprungen Echte Seite raus Hätte einer tot War die rechten Seite, ne? Das war die Awe Das war die Awe, ja Einer Spoiler rein Oder Short Hallo, ich spiel Hab ich Spoiler ist tot B, 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 B B, B, B Wieso lauf ich Idiot da aus da rum Ist B Einer müsste noch B sein Bitt ist das Furt Komm da mit nach vorne Bitte Ja! Short, let's stop Äh, lock Ich wusste halt nicht, dass du rumgehst Sorry Ja, natürlich Ich war halt full flash Ja, ich war halt full flash Von dem Typen Tut mir leid Mein Fehler Tut mir leid Ne, war meiner Alles gut, alles gut Kommen Jungs, erste Runde Ey, das war ja mein Fehler Wir müssen wieder ein bisschen warm werden Zusammen werden Läuft halt Alles gut Wir auf der Arbeit Wir auf der Arbeit Wir auf der Arbeit Ach fuck Das ist... Das ist ja noch mehr Facet Alter Meine Güte Flo Was ist denn los mit dir? Das ist nicht facet Das ist korrekt I am throw with a grenade Einer top meta, dude Einer oben back Throw with a plug back Gernet Was war denn da noch mal auf? Wird's denn los? War noch mal abgesch... Mmmh, Bomber hat ne Scheißposition Und wenn die Mittwoch sind, sind wir alle irgendwie gefickt, weil die dann zwischen unsere Linien kommen Voll die Bombe Okay, wir gehen auch Die Mitte ist noch nicht geklärt, ne? Von lang einer? Einer unten, mit Linke Seite Oh Ich treffe ihn auf Garten, ach da waren zwei, alles klar Ich hab jetzt gedacht, du hast mich, jaja Naja, echt mal Bad Also, wir haben nirgendwo ein Zug Was ist der Plan? Keine Ahnung Ich kann's echt nicht sagen, ne? Das ist auf Inferno alles ein bisschen kacke, weil ich da auch kein... Are you through with a blood bank? Ne, wir sind jetzt, äh... Das ist gar nicht so schlecht Einer in B durch Einer in Grave Ist klar Lass CT reinpushen, lass CT reinpushen Sehr schön Einer ist auf uns, glaube ich Einer CT Ja CT Okay Leider, drei Das drück nicht Burst Hätte ich da Waffen gehabt Hmm Aber das Gute ist, dass wir alle gerade scheiße sind Eins, zwei, drei, vier, fünf Ja Und alle siebenmal gestorben Der Mitte ist eigentlich Ultrasch An der rechten Seite Mitte Sehr schön, wir haben D-Opener Ne Oh ne, das ist nicht so gut Das ist klar, ja Aber Mitte Auf der Lenke Seite Tja Einer lang Lang hab ich Einer zu Ende FACK Down Letzter dürfte B sein, ne? Gut mal Kommt, bitch Entschuld Puh, wenigstens nicht 16 zu 0 Darauf können wir jetzt aufbauen Wollen wir mal was treffen, ne? Ja, alles gut, ne? Hinter Hey, jetzt riecht mich nicht rüber auf Nein, fahr mal runter, alles gut Räuchter jetzt! Boah, Alter Entspannt euch Nein Nein Alles Witz Okay, du brauchst den Druck Du willst Scheiße Geh dich erhängern Der Molotow war ebenfalls Haben sie recht Mittels der Smoke macht, äh, zweite Mitte auf Push, dritte runter, push dritte runter Und einen in der Mitte Meiner lang Purple, geh raus, geh raus, geh raus Ja, Problem, ich hab die Bombe, das wär scheiße Ja, ist egal Du musst mir helfen wollen Ich krieg jetzt Vorne, CT Ich muss halt refragen können Zwei Mann Zwei Mann A lang Okay, Robert Du Hurensohnen Warte, du willst hier im Vier? Ich bring dich für irgendeinen mit hier Weg Vielleicht trifft der Assi Flo dann mit was Ah, ich nehm, ich nehm Ha, ich hab auch mal was getroffen Eheh Voll das, Alter Du hast auch so gut gemacht Du brauchst nur im Kopf hauen, bin ich Ja Wenn die alle so schön auch in meine Schusslinie laufen, dann klappt das auch mal Okay, warte Noch an der Mitte, sehr schön, letzte Hochmitte Oh Oh Oh, das passt nach mir aus Ja Die letzte Kugel Braucht ihr mal ne CZ? Ne, danke Ja Dann nehm ich sie Das verstanden Das verstanden Die hat ne Ego, ne? Ja, das ist ebenfalls verstanden Da waren jetzt mal 3 Header bei Das sind ja Sollen wir mal B versuchen? Und nochmal Ja gut, keine Antwort ist auch ne Antwort Ja Feuer Geht nur Mitte Einer Mitte Minus 88, HBP recht Schade Dürf mal ne Nate hin Ne, hörst du nicht, ne? Doch, hast du nicht Oh, du bist schon so weit Ist der rechts oder links? Ähm, geht mal B Ok Gobi, tschüss Yes Gobi Nice Hier Robbe Ja, ok Hä, lol Hilft dir ne, wenn ich Äh, bisschen die Druck mache? Ja Einer, wahrscheinlich Nicht, äh Minus 27 Du guckst, guckst du Ah ne, ich guck auf die Strecke Ah nicht Hier ist your construction Ich hab Zeit, ey Rad an Rad an Da haut ne Banane auf, dass du dann hier irgendwo close stehst und dann müssen wir Die werden da jetzt eh ct stehen Hier glaube ich durch Die werden da jetzt eh ct stehen Ja, cool Ja, cool Willst du die AWP haben, Flo? Nein Hm, nein Ich hab damit gar nichts, Alter Dann spiel ich die AWP sehr gut Alter, der hat halt ne CZ Emerald, die ist neongrün, die ist so geil Ich hab nur so ne Tiger irgendwas Ich hab nur so ne Tiger irgendwas Tiger 2 Tiger 2 Wo ist die CZ? Ja, ich hör's das Achtung, von nebenten könnte kommen, no? Wir gehen gerade zu die Von nebenten könnte kommen, Achtung Die haben gerade verschoben Und wir sollten schneller warten Einer, falsche Mitte Ja, stimmt War aber noch nicht der Typ der mich gekillt hat Da ist noch irgendwo einer Ja, die verschieben auf Spot Das ist schön, wir haben ein Entry auf einer A Mal durch Alle Ecken checken, alle auf den Spot Alter, kommt zu dir Alter, kommt zu dir Ich hab mich alle überhoben Garnade! 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 Einer ist zu short rüber gesprungen Garnade! Garnade! Hill во c- Einer Sky Ja, einer Bay signatures Hier grab盃 Hier grab盃 Zwei da, zwei Noch einer Oder auch mich Kling, kling, kling Asyl Ich CT, one guy, we're dope Ja, aim up, aim up Spring durch, Purple, spring durch So, einer Noch einer Zwei, beide Two guys, two CT Du hast noch ne smoke, Nico, kannst du smoke? Genau So, und jetzt war's mal Wieso? Jetzt durch Durch, durch Halt nicht Was hattest du in der smoke? Ach, jungen Vielleicht hat einer gerafft, dass er irgendwo gestackt war Ja, wieso hab ich ne Art liegen Ich auch nicht Hä? Lol Jetzt haben wir eine Art zu viel da liegen, okay? Neu, ich muss die Gelder Äh, one more round Komm ich genau Dann geh ich Banane Dann geh mal Was, zwei da mit auf? Haps, einer Oh, god Haps Haps Halt Rek vom neuen Pfff Wo haben wir einen Spö...spönt mit einen A an Ich 2019 Ok, ich bin Newmade Momentan, hab ich das mal? Ja, das... Kann nicht spielen! Oh fuck, da ist er in der Mitte Geht das gerade hinter den Bananen Lieber nicht peaken Ja, okay Wir brauchen halt echt lange, ne? Mhm BNT halt gerade als Als ob wir CT spielen Wir warten halt, bis die Leute reinlaufen Aber das passiert halt sehr selten Ähm Brauch wer was? Geh mal rein Ich hab mal ne AKG Wieder ein Autosniper, ne? Geht mal Oh okay Also ich kauf's halt einfach nicht gerne Weil man das dann Prinzipiell wahrscheinlich Gegenehmig hat In der letzten Runde ist das egal Ja gut, aber wir haben ja noch eine Hälfte, die wir später haben So Einer war linke Seite Mittag Grenade Grenade Ja Ja Die hab ich gefressen Die haben B abgesnobt Schau mal kurz zählen Vielleicht rotieren wir Nein, wo denn? Einer noch Mitte Und dann Raus, 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 raus Ok, ich hab noch A lange Geht mal A Komm mal rein, komm mal rein Er hält super lang Ja, wir sind flach weg! Ja! Ist A frei? Nein! Steppt auch A lang holen durch! Einer! Ohne ich muss nur aus! Go A, please! Er geht B! Robbe, du musst ihm helfen wahrscheinlich Wenn du nicht stirbst, ist es eh vorbei Warum geht der denn B? Planted for Banane Er hat für Banane geplant, du kannst noch stehen bleiben Planted for you So CT kann ich kommen Das Der letzte CT Nein, du musst wohl helfen Oh man, ey 6, ne? Ja, komm, das geht, Jungs Get ready, get Ah, Mitte, glaube So, wo geht er hin? Hey, wollen wir gehen? I don't have idea, I can go AP I can go AP I can go AP Move it, son! Alles klar Coder, schnell bis zu mir Wacht die Mitte Wacht die Mitte Wacht die Mitte? Ich hab dich nicht verstanden Ich hab einen 36 gegeben Die gehen Mitte hoch, aber Ja, einer hat Zwei anderen Zwei, CT-Seite Rennen CT durch Können Arschort durchgehen Na lang durch Die sind CT-Guer Library rein Letzter Library Entschuldigung Oh, was ist das? Ich bin CT Ich bin CT Oh wei Ja, wahrscheinlich CT Stand da, links genau, unter dem Plateau Da war ein Devlinks von dir, assi Boah, nicht dass der da ganz links rumgesteppt ist, ne? Und hinter dir jetzt gleich ist Habe ich eh reingeschissen Habe ich eh reingeschissen, oder? So Ich hab halt in einer Decoy gestuckt, gerade Mitte Ja, verwundert, was du dann vorhattest Ja, ich stand einfach nur drin, ich konnte mich nicht bewegen Ich hörte nur auf einmal so drrrr Und hab genau drin gestuckt Und ich dachte, du hast einen Trick vor Habe ich nicht mehr gesehen, oder? Ich bin schon Auf Noch einer, äh, falsche Mitte Boom has been planted Sehr schön Er hat abgesmoked Einer auf Destruction drin Einer hinten Ich glaube nicht Ich glaube nicht, wir werden uns saven Wir werden uns saven Wir werden uns saven Wir werden uns nicht Ver corpses Stören Floh, ne? Ich hab nen Deagle Hey, warum gibst du mir die Acker? Ne, gib's dir mal Gelb Der kann sich Kepler kaufen Dann hat er immer noch genug 2000 für die nächste Runde Warum geh ich eigentlich alleine jetzt, B? Weiß ich nicht, August Einer unten im Underground Gelb, stell dich mal nicht zu close hin Komm, push! Zwei Mann! Bleib mal da! Bleib da stehen! Rein, 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 ich bait dich Zwei da bitte Nimm die Jaka Sehr schön Äh, warum gehst du rüber? Du kannst ja notieren, ne? Nur so nebenbei Ja, das ist ja schön, aber ich brauch ne Waffe Brauchst du nicht Schöne Apps, lag einer B-Smoke D-N auf B Warte noch auf grün, dann kommst du ne? Blau, purple, du, äh, komm mal her, komm mal her F-Fuck F-Fuck Ja, genau, genau Mann, Mann, Mann Du hättest halt Zeit spielen können, Nico, ne? Du hättest halt Zeit spielen können, ne? Du hättest zwar keine Waffe, aber du hättest Zeit spielen können und hättest sagen können, okay, die sind jetzt auf B Deine Jungs hätten schon rotieren können Du hättest was Zeit rausgeschunden damit Alles gut, alles gut Nee, ist ja nur ein, äh, ein Vorschlag Ja, Overrotating ist scheiße, aber passt gut Okay, dann bin ich mit B, scheinbar Ja Ich treffe ja auch gerade nichts gegen Na, die guckst du auch Achtung, ich werde Granate Kommt spät Die Ansage Ja, erst werfen, dann reden, ne? Smoke Der hat abgesmogt Nee, jetzt war meine Smoke Na, das ist was Achtung, ich fläche einmal rüber Äh, CT wurde gesmogt bei uns Die in der Mitte ist schon hoch, ne? B kommt, B kommt Bin full flasht Das ist aber lang immer noch Bin immer noch flasht Zwei down Banane, einer weit Einer noch Banane Ich verschiebe blau Wir sind ein bisschen zurückgesteppt Einer Boiler Was sind die? Sind zurückgesteppt Ja, bisschen Okay Jetzt kannst, geh wieder Richtung A Könner CT jetzt schon sein, ne? Ist einfach Safeball Boiler drin, aber ich finde Sind noch zwei Ja, A kommt Einer ist fit Einer ist Mitte Haben die nochmal Zeit zu rotieren, ja? Rente Rich hätten die nochmal Zeit zu rotieren Einer ist Wraithead drin Einer ist zur Seite Ja, okay Die werden nur noch A spielen Wraithead, ja? Kommt raus Playtime, no time Er hat Zeit, natürlich Er hat Zeit, natürlich Er hat Zeit, aber wir sind Zeit Er hat Zeit, aber wir sind Zeit Marien Arm has been planted Flashbine Nice, okay Jaa Orbelong Wo? Richtung Library und wo genau? Ja, Richtung Library Direkt Richtung Library auf der linken Seite Genau Danke Mit dem Aber ich hasse Randoms Warum? Ja, weil er wieder Erst ging er die ganze Zeit Ah, dann Muss ich Auf der linken Seite A E Banane Zweimal War ein Mann da? Ja Banane kommt, Banane kommt Das ist der Maid, ne? Also der random Maid Mitte Flash Ja Banane kommt Danke für die Unterstützung Das ist der Maid Bombe Bombe Da unten Einer Mitte Einer on the side Einer ist noch Mitte Wir saven Ja, saft das Ding Ah, spinne ich denn? Ja, saft das Ding Ah, will ich jemand anderes abnehmen? Irgendwie bin ich gerade drin drauf Ja, ich bin für B oder so Oh, verkauft, alles klar Ja, komm ich und B und verstützen oder so Ich hasse es Ich hasse randoms einfach, second mit Ja, geil! Was? 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 Es ist nur einer, bis der Bananen flingelt Noch einer kurz Ja, alles klar Das ist nur ein Spiel Nein, das ist ein Lebens-Elexier Und ich merke es Ich bin so Nuttenficker, Alter Ich habe heute sowieso immer Standard sein Ich hatte nur noch 200, tut mir leid Mitte einer Einer second mit Es wird abgespawnt von uns, ja? Okay Sorry Willst du es riskieren und dir die AK holen oder? War aber noch einer falsche Mitte Bring dein Smoke Und Stairs muss da noch einer Und Stairs muss da noch einer Ja, Stairs steht noch einer Sehr schön Nein, Digga Hier B-Flash B-Small B-Flash Steht Stairs immer noch B-Flash B-Flash Banana hat Hits Versuch nochmal zu rotieren und erzählen B-Flash 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 Ja Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst Mitte zu peaken Peek einfach nicht Falsche Mitte Kommt noch einer Bin unterwegs zu dir Nein, das war eine Frage Ne, ne, war keiner mehr Doch, war noch einer Der ist dann durch die Schmock gelaufen 70 Banane Ach schon, zwei Gehen alle Ja, ich, ich, ich War schon Und das ist mit der Oben Mitte Wow Okay Da hab ich nicht mit dem gerechnet Ja, das ist halt echt nicht schlecht, ne Ich glaube, da haben wir echt so einen Full MGE Team wahrscheinlich auf der anderen Seite Verquillen Countryman Decoy Grenade out Klima Flägt 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 Stap 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 Lassen wir das nicht Bitte kommt Na, ich bin zu Stap B Ab Mitte ein Kommt jetzt Gägt Bis zum B B Bauch B De Nein, Constructions kommt da von hinten Pass auf Sehr schön Ich hab dich von Zilt hier aus, Nico Kann aber sein, dass es schon durchschießt, ne? So, die Bombe kommt jetzt Oh no Bombe liegt noch bei B Er ist schnell Er piekt jetzt Halt dich bedeckt Ich hab dich von Zilt hier aus, falls er kommt Er steppt auf jeden Fall hier Bleib einfach, Nico, du brauchst nicht pieken Füllt Hat einmal kurz gepiekt Er will mit dem Schiss rauslassen Okay, ich kann jetzt grad nicht mal um die Ecke pieken Ist, äh, Barbecue? Ja, ja, kann er ja Jetzt muss er bleiben Ja schon Wer will die Aabe? Die Sauber selber wieder Kann einmal droppen Ja, okay, komm, dann gib mir ne Aabe, ist egal Ja Wir stellen mir die Aabe, die da liegt Ja, mach Hab unten nichts gesehen, zack mich mit B ist durch, einer Link ist weit Äh, Mitte ist offen, Jungs Könnte A lang werden Zeit! Einer B ist da nicht Die Bombe ist da für diese blauen Fesse geplantet, sehr stark! Sehr schön! Da ist ein Pool, Pool! Nein, du hast kein Kit! Darfst du nicht? Ah! Wird knapp Ah doch Sehr schön Gott sei Dank, Alter Braucht die Swag-7 an dem Spot, ey Ich hab echt einen getaggt, ja Meter, kannst du mich boosten? Am Blumenkasten da hoch? Äh, ja, weiß ich nicht wie geht, aber ja Ja, einfach noch Einfach noch mal dieses Genau, einfach noch mal dieses Genau, einfach noch mal dieses Ja, Jungs Ja, Jungs Wo denn? Wo denn? Hier, hier in die Ecke, hier! Du darfst mich auch nicht Jetzt darfst du gehen Mitte Flash Mitte noch eine Flash mit Full Flash Jetzt raus Noch einer kurz, kurz, auch schon durch Snaps, einer Wir können verschieben, ne? Gelb, verschieb mal Ja Oh, noch eine Beule raus Buscht mich Ja Einer kommt lang Hat jetzt sein M4 gleich Letzter lang mit M4 Los Los Hat ein Parfekt-Spiel nur noch Ne, vergiss es, ist voll Meiner ist durch die Tür Wird die Bombe da? Wird die Bombe? Nee, nee, Bombe ist voll Okay, hier drin Kann nur noch über die Tür kommen Sehr schön Ja Der M4 hat Am Parfekt-Spiel Am Parfekt-Spiel Ich muss mich direkt da noch mal huschen Ja, das ist so Musste ich aber ein bisschen, ein bisschen Abstand lassen Normal so huschen? Ja, ja Ja Weil dann, wenn die mich absmoken, dann kann ich von oben drüber ballern Okay Let's go Und nicht ganz an die Wand setzen, ein bisschen Abstand halten Ja Mitte keinen gesehen Banane HE Boah, bin früh fest Banane HE Banane HE Banane Kompass Ja, Banane Step weiter nach oben Lass er durch Mit dem Flash Bitte raus John Zieh dich zurück Grenade Super slow 2A B kommt raus Zu spät Ja, die letzten zwei sind auf B Auf A Auf A Äh auf A meine ich Change position Ihr habt die Bombe auf dem Spot Ihr müsst eigentlich nur Construction rein Und dann, äh Und einer Banane oder so Ja, ich hab Construction Okay Du bist mit G-Shadow 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 Ja, einer kommt, CT Hohen Banane, CT Ist nicht sein Ernst, Alter Alter Ah, fuck it Er flickt mich halt Smoke Wichtig abgefuckt Ja, Jungs Ja, passiert War nicht schlecht Ich sag auch full MDA Team Ja, alles klar Hm So Geht's an Raufen Dann konzentriere ich mich Ja, alles gut Wo lügst du? Nimm mal Inferno raus Na gut Ja, vor allem ins Erste Runde Ja, Leute Neuner G-Shadow Ja der Deine Der Hijo G-Bei Die Die Jamm, 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 jamm Igo, du bist heute auch gefahren, oder? Ja Du bist heute noch gefahren Bitte? Was bist du denn heute gefahren? H2 Wem bist du denn gefahren? Mit dem Till Ah ja, stimmt, ich habe euch gesehen, als ich zur Arbeit gegangen bin haben wir hier auf der Stuhl geradeaus geguckt Hä? Ja Ihr seid die Hüttenstraße hochgefahren So um kurz nach 8 Ja, wir mussten nach Wahlheim Hin und zurück vom Luisen Danach waren wir Alter, wo waren wir danach? Klinikum? Mhm Ah ja, ähm, das war eine Einweisung von Wahlheim ins Klinikum Mhm Äh, oder alten Termin Und danach waren wir in Mönchengladbach Mhm, ach so schön Und danach war Feierabend Danach war Feierabend Und dann auch in Mönchengladbach Uu senin Vielen Dank. Soll ich mir ein Bier holen oder soll ich mir kein Bier holen? Ich glaube, ich gehe mir ein Bier holen. Du solltest mir kein Bier holen. Du solltest mir ein Bier holen. Hab ich auch gehört. Bis gleich. Was ist los mit euch? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wieder da? Nee, das wollte ich dir sagen. Halb warmes Bier. Ich bin begeistert. Hast du schon gespielt? Oder warum hast du nicht? Weil ich diese Map nicht spielen möchte. Ach du. Was haben wir? Was? Was? Ich verstehe nichts. Kache. Kache. Ach so. Äh, Nico spielt die Map-Channel. Marrakech. Ja, wir können gleich auch von mir aus der Kache mit rein. Aber wir kriegen jetzt erstmal auf die Fresse von mir, ja? Ja? Hallo, falsche Einstellung, ja? Wir haben mal Teile. Wir fangen jetzt gerade hier als T-T an. Das hat immer nichts zu tun. Binst du? Ja. Ich weiß nicht, ich bin immer super frustriert, wenn er zählt, die Status schon hart auf die Fresse bekommst, dann ist die T-Round schon echt mal kacke. Du hast auch kacke an, wir haben eine Fresse bekommen und die Motivation ist am Ende. Also der eine ist schon mal richtig kacke. Braint zwei down, die beiden Bots, die da hocken und er haut ungefähr ein ganzes Magazin Beagle aus, zwei Meter auf mich drauf. Ja, die Leute beim Warm-Up bewerben. Ja, aber wenn das schon... Ja, das ist nochmal das Gegenteil der Fall. Äh. War die Ratte. Ich liebe die Swag-7-Werner. Für das deutsche Fahrradplatz. Alter du Lutz halt so ultra langsam mit der Scheißnäcke Hoppala Palazzo Attention Palazzo Hehehehehehe Lotte Lotte Da gab Palazzo Hello Where you wanna go? Hello Hello Where you wanna go? I got B Okay I got no A I could have a Diffuser on B I'm going A Then I'm going to get mad, right? Move it, move it Hmm Verkauf Verkauf Was? Ja ich will keine Smog mitnehmen, lass die mitkommen Nur Steps auch nahe Einer Mitte Hab B nix gesehen B immer noch nix War das Clear? Bei Mitte B immer nicht Clear B immer nicht Clear Achso B Clear, Entschulde Einer B jetzt Einer Under Bomba Under Ihr könnt dann auch n bisschen mit Connector Mitte reingucken, ne? Ja war ich doch Ja hab ich gesehen B sind Steps, die könnten in Lower Tunnel gehen Ja wird wahrscheinlich Lowert Ja kann eben zu Hause nicht zurückgehen Ja obwohl die Steppen halt noch Ist B? Ja schön Ja zweiter kommt auch Einer Minus 930 Einer Minus 930 Minus 32 Ja die sind schon vorne Hoppum mach langsam Keiner wehren hier Ne ist tot Boah ist Window Einer kommt von hinten, einer wird Kitchen kommen Ja Kitchen raus Kommt bei mir Der ist rechts, der ist rechts Wir könnten jetzt A rotieren, ne? Wir werden A gehen, ja Wir werden A gehen, ja Naja, Bombe ist über Fs Bombe ist bin blind Nein Bleib ruhig Einer CT Einer CT Boah, einer ist schon mit 32, 2 32 Wieso haben eigentlich alle rüber Verschoben auf Weg Kommt nochmal ein Diffuser auf B Sehr schön Hier ist noch einer B Mollung Stop mit, wieder Einer B durch Kannst du von Short bitte kurz noch mit Mitte peaken? Ja einer ist schon B durch, ne? Alles klar Der ist aber mit hinter dem Box Spring, peek mal rein Rechte Seite, äh ich guck linke Seite Guck die rechte Seite Ja Die gönnen zurück, Lower Tunnels gehen Pass auf Der ist Lower P Ruh pass auf, Lower Tunnels Lower Tunnels ist raus Oh ne T spawn Der ist schon Peek einmal kurz B B Nix mehr gesehen Blauer Tunnels Lauer Tunnels Wurde mehrmals gesagt Ja du hast gesagt, Lower Tunnels nix mehr gesehen Nein Nein Ich hab das upper B nix mehr gesehen Bin immer noch auf B Mitte Peek nicht, peek nicht, lass ihn kommen Mach B hinten dicht Kann nicht überlocken Komm mit der Ruhe Der geht über Der geht aber A Habs das gehört? Ja Rampe oder so Rampe Ist Rampe Müsste low sein Okay Sehr schnell Das war eine creepy Vorstellung, die ich da geliefert habe Puh Junge Hat ja keiner gesagt Willst du es laut tauschen gegen eine UMP? Gelb? Nene, super Aber mit ist Ja, das passt schon Und die Smok Rallye Top mit für Smoke Willst du da Jumping Sword spielen? Alles klar Push mal Short bitte vor ein Stück Ja Rvp, verlassen Rallye 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 Tuner-Terrorist win Flash A Rampe, einer Hättest Klee bis jetzt Ja bei, hab ich keine Slips gehört, ich gehe in Windrunner Ja, einer ist schon, äh, Dreiecks Bombe drop Einer, Palace Oh, sorry Okay Einer ist nach Rache Einer muss noch Connector und so abträgen Ja Ja, ich gehe Ab Connector Kannst du mich short Ja, ist oben schon im Leather rum drin Ist runter gedroppt Ist nicht im Leather drin Ist nicht im Winner drin Ist da runter gedroppt Achso, ist short, ja Mit Appermit irgendwo hingehen zu Rampe vielleicht oder so Ja, müssen halt die Bomben an sich Fällt ja Könnte auch über Kitsch kommen, ne Glaub ich nicht Dann muss da rüber zu TG Ja Check mal Palace ab Smoke Alles Krampe Bestimmt Hallo Hallo Magst du mir legen? Ja Danke Riecht schon, hat schon, hat schon Dankeschön Bei Gelb läuft man nicht so ganz, ne Bei Gelb läuft man nicht so ganz, ne Bei Gelb läuft man nicht so ganz, ne Ne, auch noch kein Gegner Ich habe noch kein Gegner Also unter den Einen Hop in Mitte Down Ja, schön Noch einer Der Poolflash Einer ist hinter den Boxen Da ist einer Lower Äh, Lower, Mitte Da Lower down Halbe Einer ist Einer, Einer ist Einer ist schwer Ja, die sind voll laut Man hat vor B Musst Ramp oder so haben Einer ist dort Einer ist dort Connector Connector Und einer Ja, der ist das Er ist auch taub Einer ist short Underwood war noch einer Bitte, aus Leatherboom gehen Ne, Connector ist einer drin Leatherboom Gabe, kannst du bitte kommen? Kommen Einer hat A Wird jetzt auf jeden Fall gepistet Alles gut, alles gut Ja Ich kämpfe da alleine mit Acht Leuten Ok, fern Ja, dein Dein Mate da auf A Der war auch Der war auch taub wie Scheißer Weil, da bleibt der andere Wurz stehen Ihr müsst ein bisschen nachdenken Leider nicht, leider würden wir durchgehen Weil da ne smoke war und ein Typ vorher Ja Alles gut Bleibt definitiv A Trash Entschuldigung Ich bin ein bisschen passiv hier Ok, Mai Tai Underground stepped Aha Einer in der Mitte weiter raus Tornado Braucht ihr Unterstützung? Einer under Hab ich schon angesagt Tornado Short Hol dir die Waffe Mitte unten Äh Blauer Er kann Deutsch übrigens Ach du bist Deutscher? B Eben hat er verstanden Yeah B B B Bombe Oh und schon einer runter Ja, war B Aber du hast noch einen geholt Das ist gut Ne, ich war gar nicht gut Ne Ich weiß nicht haben Ich weiß nicht, was ich Sehr ruhig Da könnte es noch oben attraktiv sein Warte, wenn wir mit Er hat abgesmoked Ja, abgemottet Wann geht's? Wann geht's? Ich dachte, er ist an den Spot schon Oh, nur defuse geht Dann Zeit noch Terrorists win Blau, droppen wir mal bitte eine P250 Ich versche mal, aber mit Aber mit Er ist schon upper mid hinter den Boxen Einer, äh, minus 70 hinter den Boxen Nice Einer lower, Mitte Läuft hoch zu upper mid Nice Einer noch upper mid Einer noch upper mid 3 gegen 2 Just stay in Connector Du wählst 2 Fählen wir schon in den Start kommen Nicht Connector abgesmockt Nicht flashen, dann weißt du wo du bist Meet Steps Noch Chair Ja, bleib ruhig Naja, ich hab halt ein bisschen Angst von hinten Noch einen verkackten Step irgendwo Stell dich mal K hin, stell dich mal K hin Ich würd halt am liebsten jetzt einfach so hier Ja, oder bleib da, ist okay Ja, oder bleib da, ist okay Nein, Bom Ja, Bom ist A Banting Jungle Jungle last Jungle Ja, aber wer die Nate in der Hand hat, verliert Warum tue ich sowas? Ja, ja Das kenn ich, das, das kenn ich aber auch Ja, das ist aber so dumm, das ist so unnötig Flo, gehst du, äh, mit, äh, hier, Dingens Ja Für dich Ah, ich hab halt, bin ziemlich spät, ne? Ah, früher als ich Einer mit raus Jawohl War das klar Amisch Amisch Könnte aber noch einer gewesen sein Einer, die Begeben Messer Einer, anderer, Pess Was? Warum helft mir da Krass? Haben wir ja einen heute Weil du da alleine stehst Ja Ja Bauen wir mal mit Ja Bauen wir mal mit Bauen wir mal mit A-Side-Schritte Oder so Ja, ganz warm Ja, ganz warm Boah, f*** mal läuft Alles mal angepakt und einfach nicht mal einmal trüßt. Ne. Ah, Mitte, Mitte drei Leute. Grenade. Oh, ein Ballast. Start, das glaube ich schon. Start, ja. Ja, einer Connector. Voll Connector. Was habe ich? Ja, das stimmt. Acht fucking AP und einer Connector. Unlucky. Was ist das? Ja, der war Partner und so. Der so unten auch hat einen Lower-Tunnel. Ja, Lower-Tunnel könnte. Ja, Lower-Tunnel könnte. Ramp. Boah, war das schlecht, Alter. Ich hab auch immer gedacht, ey. Du bleibst einfach stehen. Ja, ja, ich hab immer gedacht, ey. Du bleibst einfach stehen. Und aimt ganz in Ruhe auf dich, ey. Geil. Ja, aber das ist, das ist halt, so spielt es halt eigentlich, ne? Raussteppen, stehen bleiben, schießen. Punkt. Und wir sind halt noch so die Low-Bobs, deswegen kriegen wir das nicht hin. Okay, das verstanden. Der schließt mich ja mit ein, ne? Ja, ja, alles gut. Das ist der Typ. B-Step. Topoff mit zwei. Ja. Ja. Noch einer Top-Mits. 9, 9, 9 Nein, ich schieße über seinen Kopf Mitte, 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 noch einer So, gerade echt nicht gebacken Wollen wir mit Connector Geht ja nochmal zurück Ja, sind sie Da ist ein Underground? Nein Das ist klar Sight, Sight Nein, Ninja, Playtime Das ist ein M8 Halt, halt Halt Nice Gut, Jungs Ich kann nur PvP, ich will Danke Ja, oder so Naja, spiel das mal Versuch weiter irgendwie für dich Short Dich da zu Ja, es ist halt immer, wenn dann 3 oder 4 Leute auf einmal kommen Dann ist halt immer B-Lash B B B-Flash A-Fiel Ehh 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 Gehen, Underground, Underground Bye, Underground Das ist so ärgerlich Wir haben die Bombe in T BOMB Wahrscheinlich Einer mit Underground Ne, ist dort Me dead Bombe ist in neut Position Left Side B-Side A Ehh B-Side Mitte O R-Roger Oben, Innen etwas dran B-Apps oder was? Ne, das war auch so, wir sind noch Ne Erste ist da Ja, alles ist gut Anstatt er ihnen Messer Ja gut, aber wenn er auf ihn drauf ist, ich würde auch erschießen, safe kill Ja man, Gelb kannst du mir legen bitte Ne, strike 7 bitte Könnte auch Okay Ja, sogar, ne, spart ich das Geld durch Ja, ich könnte... Ja, egal Alles gut Obel, achten, Smoker Jup Ballast, wenn ich steppe, ballast Nach nachfangen, Matt Bustest mich nochmal hoch? Pramp Steff Bfg A-Rampe Ballast Anagorn Wer ist? Anagorn ist ja, wir sind alle arm Ransford einer Ich muss die Position verlassen Gernade out Hinten Ecke, wie fahren wir? Gibt cbt 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 Einer sandwich, einer... Links, links, links Hinten Ecke, um die Position verlassen Einer 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 wo steht denn der mitte? weil man linken sollte hinterboxen ist links wieder mit weg? ja klar ja ich hab blauartonne einer ist fuppi, bombes fuppi geht 2 vb ist der da hinten mit dem kitchen noch drin? sehr schön wo ist der? der ist ich kann diesmal nicht ich kann diesmal nicht ja alles gut 6 noch keine fricks mehr wenn man 12 bei oder so und dann noch flash a flash a noch einer beam be careful vom ballast einer 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 auf jeden Fall vb aber mit lichtner habe ja ich versuche jetzt zu saven ja ich hab aber mit es ist nur eine scout das kann doch nicht sein ich hol meine pistol raus schieß da einfach rein und dann steht da einer was ist das denn? ich ähm die ganze zeit da rein so ein timeluck so ein timeluck bei mir flash a b das ist klar ich glaube es ist A palace ich glaube es ist A palace ja es ist A palace nein er ist breit ey wo hat der denn da hingeschossen der Typ ich hab'n rup ne k sorry wir haben die Position nicht verraten ne alles gut alles gut ich war dein mate du hättest halt äh ja sorry mate wir sind äh primates ja no problem thank you ich hab mit besmoked wer ist da? wow noch durch einer hat meine ach es ist auto-sniper vb Mätze ist auch noch was smoke ab durch einer ist bf hat man so um drin dort einer ist noch nicht runter ist aber oben One shoot auto-sniper auto-sniper oh my god 1 SP, Wing von behindern Ok, ich bin so lange Ich gehe in A Was soll ich machen, ne? Bonus Ich bin da so dezent überrannt worden auf B Geschockt Ja, ich hab den nicht mitgekriegt, sorry Ich hab gesmoked, ich hab dann Boxen gemolotowt und dann war der Short schon durch Ja, alles gut, alles gut Ok, was machen wir? Wird ja nicht Äh, gib mal B B-Contact Kauft euch alle ne Kevlar Wenn ihr den ersten seht, dann fangt ihr an zu laufen und zu raschen und ich komm ein bisschen später über mit So, B-Contact Ich müsste ab der... Oh, stopp Der müsste da sein So, lower könnte sein, der letzte bleibt bitte lower stehen Und los Und los Einer Bench Kitchener 1 Kitchener 1 Einer... Ah, 4 Kitchener 2 Noch einer João 1 Ich hör auf eine Bombe nehmt, kleinen Nüsch Fuck, einer ist raus B Minus 36 von mir Und einer kommt hinter dir Minus 30 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 1 3 5 ich weiße von mir nicht Da ist es da oben, schade. Du hast ihn noch gedrückt. Ihn? Gar nix. Achso, ok. Kaufen nicht kaufen, wir kaufen, na? Wir hatten keinen Client, also voll reinforcen. Nächste Runde dann Full Echo, wenn wir... Client bzw. keinen Client haben und dann... vorbei. Glaub, da ist einer mit dir. Schaut in den Maschinen. Ja, offensiv ab. Ich kann nur das da hinten noch geben. We will be fast? Ja. Wir sehen jetzt auf jeden Fall B, schnell drauf. No? One pushing on me. Einer's shot. Bei einer ist window, einer's shot. Nichts gegeben, gar nix. Wo? Wo? Irgendwa Van und einer... Noch kurz, kurz... Ah, nix. Das Benz. Und Connector. Einer noch minus 70 und einer noch minus 45. Fuck! Bei zwei Lecker und dann nicht. Sagen, wir machen einfach mal... Komm mit raus und dann schau dir. Oh, nix. Oh, nix. Connector. Ne, brauchst du nix. Warte, das Geld. Nix. Einer wird mit Kitschen kommen. Einer auf A... Äh, auf B... Hpitsp. Einer Connector. Bitte Connector A. Achso, Entschuldigung. Ich dachte B. Enger. Das ist nicht schlimm. Ich finde nämlich, Mitte... Short... Immer einfacher zu rushen. Ich rufe nochmal Windau. Ja, da wirst du halt vom Connector abgeaimt. Und wenn du ins Connector reingehst, die Short... Dann hast du ein bisschen bessere Möglichkeiten. Weil es halt zu wild, alles gut. Einer wird, äh... Windau drin sein. Windau, dafür smoke. Einer ist kurz. Einer ist Connector. Ich smoke ist der... Einer ist Windau, rechte Seite. Der ist... Der ist in Sandwich. Sandwich ist einer reingebaut. Ohne Windau. Einer Connector auch. Und dann wahrscheinlich... Der ist in... Der ist in... Einer ist in Sandwich. Immer noch Windau, der Typ. Fuck you. Einer immer noch in Sandwich. Der ist in der Smoke. Sehr schön. Ähm... Zählt ihr mich bitte decken? Jetzt hat Zählt er. Habt ihr geflasht? Nein. Nee. Okay. Ja, da liegt noch ne Ake. Nie doch einfach, Robin, Junge. Halt drauf da. Bump. 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 Bill ihn doch einfach. Flaschmage Kommt hier Mitte mit raus Minus 85 Rampen weg, pusht Ramp habe ich Einer ist Connector Der Connector ist minus 85 Oh, einer ist gepusht Kommt hinten T-Spawn wahrscheinlich Window Jumped out In the smoke Nee, ist Rampe runter Immer noch ganz genau Da noch Oben rechts Window Einen Connector Und Mitte rum Oh normal, alles stimmt Letzter Ist der letzte? Ja, ist der letzte Harte nach 30 Sekunden und die Kitsch Ja, der kommt Ist schon kitschen Er hat Geduld, Alter Ich werde zuerst Schöner klatscht Nein Schöner klatscht Schöner klatscht Danke Sehr gerne Smock mal Top mit Deck das Ich raubere mal in Apps Weil man Pusht Einhörgeräten Einhörgeräten Schau passt auf Rampe auch Ja Shot pushing Rampen könnte schon einmal close sein Ja Ja die Pusht Hatte die Bombe hat sich egal Ist wieder zurück Rampe Ah, man ist Shot Shot Shot, die ist dead Shot Schöner Okay, der letzte ist auch tot Der letzte ist mein Typ Der letzte ist mein Typ Da muss der Window irgendwo rumhängen Da haben wir das letzte rum Sicher? Ja Okay Neh, mein Abbrot Alles klar Sehr schön Robbe Nice bra Schüuun Robbe Robbe? Das war halt nicht jeder Nee, aber mach So Nee, drop Den oben im Ding hast du mich aber geklaut Alter Ups Hast du da gerade Gute alte Pistole Hehehehe Hehehe Ich hab Geld um mir noch eines kaufen Hehehe 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 I'm going flashback Danke Danke Noch 20 fucking AP Da war aber noch einer Close Du hast mich glaube ich getötet Ja, das ist der Sniker Wo ist der letzte? Kamei, please Unbekannt Nico, nimm doch den vor dir Ja Ja, hab ich ja Sehr gut Nicht drop, please Ja, genau Mann, das will ich von Nico nix mehr haben Sehr gut Genau, genau deswegen Nico Genau deswegen Ich lass den hier nicht mehr haben Komm mal her Nico, wir machen mal einen BIN-Boost Jo Warte Warte da Warte da, warte da Nicht peeken Einer Stairs Und einer Underwood Angehebte Lol, Alter, ich krieg nur noch einer Stairs Aua Ich hab bisschen Angst, dass die von uns Ich muss da mal hoch springen, ne Das lass doch irgendwie auf dich Ja, ich seh alles Warte ne Window Window, einer Schade Den hättest du haben Warte mal jetzt Ja, ist das Ja, der ist jetzt vor Connector Rechte Seite war der Ja, endlich Einmal rechte Seite A Throwing a Flashback I'm throwing smoke Smoke Titi ist ab Flashback Aua, fuck, der ist runtergebrockt Ja Titi Oh, Titi Alter, von hinten, Mitte, oben Komm rein That's Hey, Flo Flo Den hättest du noch mal haben müssen, ne Den hätt ich nicht nur haben müssen Den hätt ich eigentlich messern können, ne Hehehe Look aufs Arme Nein, nein Du hast verstanden Klingt gut A, immer sehr aggressiv An der Raumfahrung I'm throwing Flashback Smoke Einer unten, Titi Äh, Connector VP on B He's low Ten Einer Connected Immer noch Äh Window Die Hast du noch mal zufällig eine Smoke Sollst du mir schon noch mal absmocken? Ne, ich hab leider keine Ich hab noch Ich hab noch Ich Fühlt zuerst mal die Bombe Ja Neckter Gern Ich hab noch Knacken Ich hab noch Kroger Ich hab noch Neckter Hinten habe ich Damned auf Blitz Hinten AWP Hinten rechts Jetzt musst du pushen Kommt noch von Nektor Direkt auf Side Hast du ihn gesehen? Ja Gibt es da Sekunden? Da kommt die Wallye Was gebe ich ihm? Ah, er hat mich auch noch mit meiner Waffe getötet Disrespectal Bow Level 9000 Ich würde sagen, ich gehe aus Das Rush A Okay Komm goes over Palace We must move Ich gehe Palace Keiner Klaus Keiner anderen Ja und ich wieder einen Schwerplatten Keiner CT Einer Schwer, einer Connect Und einer CT Alter, die kommen von allen Seiten Er spielt doch mit einer Sensitibilität von 8000 Oder so Sehen, Alter Wie er sich getreten hat Alter Ich krieg die ganze Zeit Ich bin der Dritte der rausläuft Ich bin der Erste der in Headshot frisst Kannst du ne Aave kaufen Dann geb ich dir ne AK Wir haben drei Aaves Wir haben drei Aaves Oha Oha Das ist aber Sport Let's go Junge, easy, Alter Einer Underwatch Ich Ich raffes nicht Ich raffes nicht mehr Ich raffes nicht mehr Smoke Boah, ich schrug den Aster Ich hab den Aster getaggt In den Ohren Fängt mal links durch die Wand Einer steht vor Connector Oh, fuck Eine A-Panis Einer noch eine Tür Eine Tür Baut Und natürlich Connector Es ist noch Supra Es ist noch Supra Es ist noch Supra Habt noch nicht, wer will nochmal Habt noch nicht, wer will nochmal Es ist noch Supra Baut mal E auf und ich geh alleine ein Aber ihr nehmt die Bombe mit Ja, stimmt Fiegt aber nicht Ich deck nur Glower ab und so Und alles ist gut Guck, dass ich A vielleicht nen Track ziehe oder so Beide einfach durchgehase Einer am Mitte Ne, Short So, ich mach jetzt A aufbauen Short kommt näher zu B Ja Sehr schön Ja, wir haben auf B ein Frack Lass drauf gehen Komm, 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 komm Hey Ben Ja, komm AWP, Stairs Los, 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 los Los, los, los Eine AWP war Stairs Oh, mutig mit der Baut sich da ein Flowing a Flashback Was denn was war? Ne, alles gut Mh Mh Collector AWP Ander kommt in den Kitchen rein Escaped Frags ist nicht Nein Nein Short, 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 AWP Ja, guck mal durch den Short Und lass euch von Kitchen aus noch sehen Er ist weg Chilling short Versuch We are going to do this We are going to do this Der kleine Uhrensonn, Alter Free Fire Neun, Sitzschiff, Reihandschiff, GG Schade Unlucky Und so ähnlich machen wir es jetzt nochmal, aber diesmal bauen wir A auf und warte was ist D Das verstanden Go A, I go solo B Okay All together All together now All together Erstmal nur up aim Als einer muss Palace Ich bin Palace Da kommt noch einer, schau Es ist close One is close Warte Nico, bevor du Palace peekst Ich smoke dir erstmal Ich peek nicht Wir warten Wir warten Wir warten Alter, er kommt Geht raus Einer vielleicht Underwork Eine AWP ist auf dem Fill it's down Kann mich einer bitte CT Saving CT CT Und Connector Ich hab Connector Ich hab Connector Ich hab richtig Der wird steckt nicht Wtf Der andere Versuch ihn noch zu holen, ich gebe ihn Wieselau Ich hab ihn auf jeden Fall schon gehittet Ich hab ihn auf jeden Fall schon gehittet So, man passt sich erstmal T auf, dass sie nicht von Sehr schön und schön Genau so Er ist so ein Tier, ne? Wo geh mal hin? Einer Rück geht ruhig schon Ihr müsst auf jeden Fall bei der Bombe bleiben Alle Kann auch sein, dass sie B gar nicht Oben 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 hab ich gleich Hat 20 HP, 20 HP Oben Kitchen Ein Ups Mensch, Mensch, Mensch Mein Gott, ein Kitschen raus Mensch Ne, Mensch, weg Oh Vor Kitschen Vor Window Stopp, ich wollte ihn nicht treffen Aber wie zum Teufel war das nicht drauf bei dir, Geld Das war so close So safe, oh Auf jeden Fall holen Ähm Sorry, das war mehr als drauf Ja, ich smoke nochmal Topmid Alles kaufen was geht Alles, alles, alles kaufen was geht Alles, 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 alles Alles, 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 alles Uff Hey, let's go, hey Hey, 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 hey Und die könnten was Just chill for a moment Also ich werde CT smoken Dann auch einer Stairs Ja, die sind schon ziemlich close Vor a Ja Mit meiner Ehung werden One dead, ey Go, 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 go Einer Stairs Er ist Immer noch der Alter, ich war full land Jungle Ich hätte denn jetzt drei Leute auf einmal geholt Hallo Und er kommt schon von hinten Ich konnte den drei Leute auf einmal holen Okay Knappe Kiste Ja, schade Ja, aber bei mir lief auch überhaupt nichts Deswegen Ja, bei mir auch Schade Ich bin jetzt auch raus Alles klar, tschu Ok Ciao Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.